Es wurde ja erwartet, dass wir gegen Brasilien verlieren. Wir haben die Punkte nicht eingeplant, aber eine super Leistung abgeliefert. Jetzt sind wir bereit für das Spiel gegen Kamerun. Und wir haben eine gute Chance. Wir dürfen nicht verlieren und müssen die drei Punkte holen. Dementsprechend vorbereitet werden wir in das Match gehen. Dieses Spiel ist unheimlich wichtig für uns. Wir haben uns das erste Spiel von Kamerun gegen Mexiko nicht anschauen können, weil wir unterwegs waren. Ich habe nur Teile von der Partie gesehen, die nicht gegebenen Tore und einige Fehler von den Schiedsrichtern. Beide Teams haben gut gespielt. Das wird sehr schwierig für uns. Aber wir dürfen nur auf uns selbst schauen. Wenn wir genauso auftreten wie gegen Brasilien, sollten wir gewappnet sein für die kommenden beiden Spiele.